Oh, 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 oh! Kriegst deine Waffen nicht weg, Mann! Ah, ich krieg deine Waffen nicht mehr dran, Mann! Ja, halli, hallo! Ich bin's, der Tenshi! Und ich bin's, der Angelo! Wir spielen RoboCraft, ich weiß auch nicht, warum ich grad so hoch gegangen bin. Ja, ähm, wir haben wieder mal im Chat reingeschrieben, Sauerkraut! Als erstes hat sich keiner gemeldet, da stand einfach nur lol. Ja, und dann hat sich dann die Konato gemeldet, 1, 2, 3, 4. So, hä, Sauerkraut! Ach ja, der liebe Tenshi! Haha, genau so! Äh, und der hat sich auch entschlossen, dass er nicht in den Teelsweak mit rein will. Wie gesagt, kein Problem, weniger Arbeit für mich und dem Olek, na! Ja, dann, äh, hier ist immer noch mein Gruppel von Heiler, und jemand hat geschrieben, ich kann natürlich auch ein Drei, äh, Dreibeine bauen, also könnte ich theoretisch hinten so dran bauen. Äh, werde ich wahrscheinlich auch noch mal machen. Mal gucken, ob ich das hier, noch hinbekommen, irgendwie. Muss ich da mal schauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal bei dem Angelo und dem Nico hier so reingehen und ich bin jetzt auch Heiler. Das sieht total beschissen aus wahrscheinlich. Oh Gott, Angelo, du hast meinen Gruppel gesehen, wie ich den gebaut hab, ja? Oh, der war super! Der war auch richtig schön, und der sieht real noch viel schöner aus! Pass auf, du! So! Jetzt geht's ab! Der Nico, der ist nämlich, äh, Tier 10 hat der auch, äh, und wollte schon damit fahren, die Sau. Wollt uns schon, guck mal hier! Acht, 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 Acht! Nur Acht und wir sind da zwei Siebener, oh, ich fühl mich so, ich fühl mich so schwach, Angelo! Ich fühl mich so protzig stark. Guck doch mal mein Drexing an. Das ist nur blaue Rüstung, nichts anderes. Ich hab einfach kein Geld. Irgendwann machen wir wieder... Irgendwann machen wir wieder Dingsbums hier. Ein paar Farmen. Also nicht folgen, sondern einfach mal Offscreen-Farmen. Was hat denn der hier? Ich hab heute... Ich bin... Ich hab heute irgendwie 6 Stunden... Hab ich an einem Video heute... Nicht geschnitten, sondern ist nur... Mit... Meine Stimme belegt und halt da noch... Ein bisschen geschnitten natürlich auch noch dabei. Und... Ich hab aber vorher schon... Noch ein paar Stunden daran gebraucht, das zu schneiden. Das Video müsste die Woche irgendwann rauskommen. Ich glaub, ihr erkennt das dann auch, welches Video das dann gewesen ist. Weil so viele Schnittvideos hab ich ja nicht. Wo ist eigentlich unser Nico? Ach, der fliegt ja oben morgen worum? Der hat so komischen... Oh, wenn der mich jetzt von oben angreift, dann bin ich am Arsch. Nee, nee, kann doch nicht. Kann doch grad nicht. Der haut grad ab. Der hat Angst vor uns. Oh, jetzt kommt er zurück. Verdammt, ich hab auch Angst vor ihm. Oh, der Dinky kommt. Oh, weil ich kann springen. Hier komm ich und beschiesse dich. Oh, jetzt war er weg. Und einer schießt nach hinten. Warum denn das? Sind hinter uns Gegner? Oh, oh. Nico ist... ist Nicos runtergefallen. Ich muss ihn retten. Oh nein, Andrew ist geplatzt. Einfach nur geplatzt. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Einfach weg. Ich hat's zerlegt. Ja, ich hab's gesehen. Ich will schnell zum Nico. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Und zum Nico runter. Schnell den Nico heilen. Wenn er schon ein Teamkamerad ist, dann muss er auch geheilt werden. Nee, 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 nee. Keine Sorge. Heilung ist da. Oh, da ist jemand neben dir. Ja. Nein. Viel Spaß mit deiner Heilung. Nein, ich lieg schon wieder auf dem Kopf. Aber ich hasse... Ich muss echt zugeben, ne? Ich hasse meinen Heiler, der hier auf Stelzen rumrennt. Ich hasse ihn. Der macht keinen Spaß, weil der einfach total anfällig ist für jeden Mist. Egal für was. Kannst weiterlaufen. Ja. Ja, die heile ich nicht noch ein bisschen. Ein bisschen kann ich noch heilen. Oh, ich hasse ihn, der macht keinen Spaß. Wahrscheinlich einfach nur, weil er schlecht gepanzert ist. Alter, was hat denn der da angebaut? Ach, der hat Flügel da dran. Lol. Ey, es gibt echt lustige Sachen. Hier ist ein geiles Insekt. So muss man die wahrscheinlich bauen. Mit einem Haufen Panzerung wahrscheinlich. Total nervig, mit einem Haufen Panzerung dran. Ja, sieht interessant aus, das Teil. Bliegen kann er auch. Muss ich mir echt mal überlegen, sowas zu bauen, sowas hässliches. Naja. Ja, zum Glück lebt noch einer von uns. Ach, Nico lebt noch? Natürlich. Ach, scheiße. Ich bin schon raus. Jetzt ist er tot, jetzt ist er tot. Ich mag den Heiler nicht so, wie der jetzt ist, Leute. Ich glaube, ich würde ihn echt nochmal umbauen. Und, äh, weil ich jetzt aber keinen Bock habe, jetzt umbauen geht ja sowieso nicht. Ist eine, eine Fight-Folge und eine, ähm, Fight-Folge oder Kampf-Fight-Folge. Da baue ich mir jetzt lieber noch schnell meine, meine Heils-Sachen einfach wieder auf meinem leckeren Panzer drauf. Und dann klappt das. So, ich bin ready. Nein, Ranked Battle. Nein. Ja, ein Ranked Battle. Nein. Wir sind so gut. Fünf. Oh, nein. Und? Ist jetzt reingegangen? Bei mir hängt es gerade. Wir auch. Oh, scheiße. Scheiße. Das könnte nur eins bedeuten. Es geht nicht rein. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Netzwerk, Ero. Was ist denn das? Ich habe mich schon auf den Kampf gefreut. So ein Scheiß. Jetzt fragt ihr mich, ob ich zurückgehen will. Nein, ich will nicht zurückgehen. Aber ich muss ja anscheinend. Es gibt nur einen Button. Wir haben es geschafft. Es sind wieder eine Schlacht drin. Wir hatten gerade alle drei. Sind mal rausgeflogen. Habt ihr ja gesehen. So, und jetzt sind wir wieder alleingestellt gegen Achter. So, aber ich kann jetzt die Anschluss heilen. Mit dem besseren Heile-Bot. Ja, heil. Und der Nikonator, der fliegt halt irgendwo rum. Natürlich ein bisschen schade, weil der nicht mit uns mitfahren kann. Verdammt, ich habe es probiert. Nein, nein, ich rutsche wieder zurück. Ach du, ich kann nicht angreifen, ne? Ich muss hinter dir bleiben, weil ich Angst habe. Ich muss hinter dir bleiben. Ich dachte, du hast nur Angst vor dem Dunkeln. Ja, ja, genau. Wieso kommst du darauf, dass ich Angst habe? Komm, jetzt fahr doch mal ordentlich, ey. Das gibt es ja gar nicht. Da oben schießt was. Hilfe, Hilfe. Ja, ich helfe doch schon. Ich habe ordentlich Damage gemacht. Ich habe ein bisschen was abgefummelt. Und das Geile ist, der hat ja gar keinen Schaden gemacht, der Typ. Weil wir ja einfach das wieder entgegenheilen. Das ist ja das Geile. Sinnlos geopfert. Ja, so eine Kamikaze-Aktion bringt halt nichts. Man kann das ja einfach wieder entgegenheilen. Braucht der Heilung da hinten? Ne, der ist ja voll. Ne, du hast unseren Kalk entfernt. Den Kalk? Ihr Rost. Ach, das war Kalk. Du kommst nur auf Kalk, ey. Was ist denn los mit dir heute, ey? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Du bist ja voller Elan hier und kommst mit richtig krassen Sprüchen um die Ecke. Was für... Hä? Denk mal drüber nach. So, wo ist denn der Nikos? Oben, Plasma-Bomber. Nikos, glaube ich, schon tot. Nein, der ist immer noch ganz hinten. Ja, holt den da... Holt den da weg da. Holt den weg da oben. Das ist gut. Ich treffe den gar nicht. Ja, vielleicht nicht Dauerfeuer? Ich ziehe den ja gar nicht richtig. Doch, jetzt. Du schaffst es. Komm, ihr könnt es schaffen. Ich bin hinter euch. Ich mag Kielen für dich. So. Oh, du hast Schaden bekommen. So. Oh, der vorne hat auch Schaden. Der fahre ich lieber vor. Schaden muss behoben werden. Da ist noch einer. Habe ich auch mal schnell gespottet. So. Der da kriegt gleich eine fette Heilung. Dann hat er 10%. Also 100% statt 90%. 10% kriegt er dazu. Aber ich bin heute schon ein bisschen matschig. Wie gesagt, ich habe jetzt schon 6 Stunden lang ein Video dran gesessen. Oh. Das ist echt nervig. Ja, was ist jetzt hier? Ich kriege bestimmt... Oh. Aua. Aua. Da war ein Weegang. Ja, da wo die immer sitzen, die Weegangs. Ah, das ist da weh. Und mich heilt natürlich keiner. Hier komm ich und er schießt dich. Mal gucken, ob du das schaffst. Die Caption auch bei uns schon. Das ist problematisch. So, ich heile ihn einfach wieder. So, er ist wieder ganz. So, ich habe nur Angst, dass irgendwie ein Plasma-Typ kommt oder so. Wir capturen das jetzt zu Ende. Und wir sind schneller als die anderen. So, ich komme wieder zurück. Wir gewinnen. Ich würde ja gerne den Stinker da hinten irgendwie heilen. Aber ich habe Angst, da jetzt hinzufahren. Weil dann verlieren wir vielleicht noch. Ich möchte ja auch gewinnen. So ein bisschen. Ja, Team Victory. Oh yeah. Sagt mir mal, meine lieben Freunde. Was haltet ihr überhaupt von so einem Heiler? Ist das eigentlich spaßig anzusehen? Ich glaube ja eher weniger. Es ist, glaube ich, noch langweiliger eigentlich, als ein Willgand-Fuzzi zuzuschauen. Wobei, nee. Nichts kann langweiliger sein. Willgand-Fuzzi schießt doch nicht. Ich meine, der fährt nicht. Naja, das ist noch langweiliger. Das stimmt. So. Der Platon ist irgendwie so leuchtig. Nee, da ist nichts drin. Okay. Nichts geschrieben. Machen wir noch eine Schlacht, würde ich sagen. Dann heile ich jetzt nochmal deinen Arsch weg. Mal gucken, was unser Nico Langner macht. Wir könnten natürlich mal fragen, ob er mal TM10er fährt. Dann können wir mal reinschauen, wie es da so abgeht. Okay. Okay, jetzt ist es los. Konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren. Nur auf ein was. Konzentrieren. Auf Profit. Okay, pass auf, Angelo. Ich fahre jetzt. Wir fahren jetzt Gnaden aus der Reine, Angelo. Ich will Action haben hier. Als Heiler erlebt man ja keine Action. Das ist so langweilig. Alter, man. Man hört die Strahlen kaum noch. Aber es ist okay. Das ist okay. Muss man nicht hören. Da, Nico, ist hinter uns. Den, 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 den. Nee. Ah, stimmt ja. Ich kann ja nicht so schnell um die Kurven fahren. Das geht ja nicht mehr. Da oben ist der Nico. Hast du was bekommen? Nee, Nico hat dich bekommen. Hat dich abgelutscht. Oh Gott. Und nee, das sind Gegner. Shit, Angelo, wo bist du? Hinter dir. Oh toll, ich hab's mit der Heilgang verloren. Fuck. Du bist so langsam. Ja, kraule mich mit deinem komischen Ding. Ja, fahr, fahr, fahr. Ich heil dich. Oh Gott. Oh Gott, er schießt bestimmt gleich auf mich. Er schießt auf mich. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh, da sind noch mehr Gegner. Oh oh. Oh oh. Kriegst du deine Waffen nicht weg, Mann? Ich krieg deine Waffen nicht mehr dran, Mann. Das ist viel schlimmer. Weg, weg. Ja, ich mach ja schon. Kann nicht mehr fahren. Aber die konzentriert sich nur auf dich. Warum? Das ist ja schön für dich. Aber ich krieg dich locker. Ich krieg dich wieder hoch. Ja, wenn ich jetzt... Weg, hier. Hilfe. Ich kann nicht mehr fahren. Oh mein Gott. Unsere, wo sind denn? Bitte alleinige Hilfe, Hilfe. Hilfe. Scheiße. Ich rolle. Oh oh. Ja, tschüss, tschüss. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ich bin gleich am Arsch. Okay, das war ein super Match. Hat mir Spaß gemacht. Oh Mann, was war das denn? Boah, jetzt bin ich weg. Weißt du, wenn ich keinen Schaden mache, dann macht keiner Schaden. Nicht mal der Olegner. Nicht mal der Olegner. Ich lebe noch. Und was war denn das jetzt? So war das jetzt 10er oder? Nein, das sind 8er bloß. Ganz normale 8er. Er hat ganz schön viel ausgehalten, deine komischen Waffen. Ja, guck mal, der Typ hat rote Teile dran. Na, komm, mach mich kaputt. Geht doch. Sehr schön. Jetzt geht's ab zum Tier 10 Match. Ach, shit. Ja. Und, oh mein Gott. Nur 10er. Da sind wirklich nur 10er drin, Angelo. Wir sind 8 und du bist 7. Mögen die Blöcke fließen. So, mal gucken, wie die aussehen. Mal schauen. Naja, der sieht genauso aus wie immer. Er hat dann bloß Blöcke, äh, bloß schwarze Blöcke. Weil die schwarzen Blöcken sind nämlich die Tier 10er. So, schnell zum Nico. Also, ich hab eh keine Heiler Gun. So, ich hab jetzt noch eine Waffe drauf gemacht. Der ist nur rot, der Nico. Ich hab jetzt Waffen drauf gemacht, weil ich will jetzt auch ein bisschen Damage machen hier. Bei Heilung, das bringt ja eh nichts. Anschluss eh sofort weg, wenn er einmal getroffen wird. Wir schaffen das locker. Wir haben schon gegen viel stärkere Gegner gekämpft. Sowas kann man nicht verlieren. Gegen Berserker haben wir gespielt. Ja, genau. Mit Bären gering. Wie heißt das nicht? Gerungen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gerungen? Ja, gerungen. Nein, wir haben sie geheiratet, die Bären. Dann hier gibt's gar keine. Wir haben sie beringt. Hier gibt's gar keine Heiler? So, den treff ich hier übelst krass. Der kriegt gerade übelst Damage von mir. Der kriegt richtig Damage reingedrückt. Stirb! Damage für uns. Sehr schön. Ich hab einen, ich hab doch nicht getötet. Das Geräusch kommt irgendwie jetzt irgendwie immer wieder. Also wenn das Team jemand killt, kommt halt auch das Geräusch. Und ich denk dann jedes Mal, ich hab geschafft. Alter, guck mal, die sind übelst ausgeliefert uns. Wir sind so gut. Ich schieße mal auf den da vorne, weil der ist ein bisschen näher und der ist ein bisschen größer zu treffen. Oh, yeah. Oh Gott, Olegner, du hast ganz schön drangenommen. Aber guck mal, was wir für Damage reindrücken, ne? Die ziehen sich schon zurück. Vor uns auch noch einer. Alter, wir haben kein Problem mit Tier 10. Wir können immer Tier 10 fahren. Null Problemo. Wäre nur schön, wenn wir jetzt noch gewinnen würden. Das wäre jetzt richtig schnieke. Ja, schnieke. Ich hab doch mal vor. Oh, oh, da vorne sterben sie. Wir sind jetzt gerade. Ja, oh shit. Würdest du echt vorfahren? Bist du verrückt? Will nicht. Ich muss. Hä, wo? Was schießt denn da? Ach, da, von hinten. Nein. Aua. Aua, aua. Wie soll ich denn auf mich? Ich will gerade mit nach hinten schießen. Auf einmal trifft mich hier so ein Plasma-Heini. Während ich zoome. Da krieg ich Angst. Los, Nico. Fahr vor, feiges Schwein. Los. Fahr vor. Du musst uns schützen. Weil man sieht die auch nicht, ne? Wie sind die denn? Ich hab Angst. Ich hab tierisch Angst. Hä? Da ist gerade jemand. Oh, da. Gegner. Anstoß schießt schon fleißig auf Gegner. Und da kommen auch Plasma-Schüsse hochgeflogen. Sehe ich das richtig? Irgendwo aus der Mitte kam, glaube ich, ein Plasma-Schuss. Ja, ich fahr, ich fahr, ich fahr wieder zurück. Ja, Nico, mach tot. Aber das kann auch Sinn, dass die uns gerade... Ich glaube, die fahren jetzt, die fahren jetzt zu uns. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Ich fahr, glaube ich, mit Nico zurück. Komm, Ume, zurück. Ach, wollen wir nicht anfangen? Oh, da ist ein Gegner. Das ist nur, das ist nur ganz wenige. Das ist ein hässlicher Stein. Du musst komplett alle haben. Oh, shit. Oh, da ist ein Gegner. Was ist denn das für einer? Oh Gott, das ist bloß ein SMG. Ein SMG ist kein Problem. Ich bin selbst eine SMG. Wir müssen aber, ähm... Wir müssen die aber aufhalten, dass die nicht capturen. Ah, fahren wir zurück. Scheiße, Nico ist gestorben. Einer ist da unten. Nee, nee, das ist da unten. Ja, ja, da ist er aber auch so gut wie tot. Scheiße, ich komm mir nicht lang, ne? Kannst du vergessen, die Knallmiche knallen uns weg. Ach, die haben auch noch einen Heiler. Scheiße, die haben einen Heiler. Wir hatten, wir hatten noch nicht mal einen Heiler. Ist das unfair. Ich dachte, wir gewinnen hier noch. Und der denkt sich bestimmt so, was sind das denn da für ein kleiner Wichser, der von hinten drauf schießt. Der macht ja gar keinen Schaden. Was ist denn los, denkt der sich. Ah, fuck. Okay, ich versuche einfach durchzufahren. Vielleicht wenigstens Schaden machen, um abzubrechen. Äh, abzu. Also ich meine jetzt nicht auf die Gegner zu, sondern ich will abbrechen. Ah, da muss ich aber schnell sein. Hoffentlich stirbst du jetzt nicht. Oh Gott, schnell, Tengi. Tengi, schneller, Tengi. Tengi, fahre. Oh Mist, hier sind noch so ein Berg im Weg. Oh mein Gott. Tengi, fahr, fahr, fahr. Über der Mitte auch zu fahren. Oh, ich hab Schaden gemacht. Puh. Oh. Oh mein Gott, das tat weh. Ei, ei, ei. Oh shit, das schaffe ich nicht mehr. Ah, fuck. Kommen wir mal mehr. Weil die sind doch voll ausgestattet. Du machst aber übrigens Schaden bei denen, ne? Du machst ja fett Schaden. Ja, komm, stopp. Haben wir denn nicht noch irgendjemanden, der mithelfen kann? Ey, wir schaffen das, ne? Wir schaffen das, Angelo. Das gibt's gar nicht. Ey, wir machen grad TCler kaputt. Alter, no. Wow, wow, der war knapp. Der war knapp. Boah. Stell dir her, bevor er abhaut, dieser. Ja, hier gibt's aber noch ein paar mehr Gegner. Gibt's einen Heiler, deswegen. Nicht, dass sie den wieder heilen. Alter Falter, habt ihr das gesehen? Wir haben TC noch fertig gemacht. Und wir machen das. Auseinander genommen. Ja, die nehmen wir auseinander, die ganzen Leute hier. Typ kommt wieder zurückgefahren, pass auf. Ach so, von der anderen Seite, oder was? Ah shit. Der kommt gleich wieder. Ja. Von oben, der kommt von oben, pass auf. Ich glaube, nicht lang. So schwierig. Ich hoffe, der bombardiert mich nicht gleich. Was er wahrscheinlich auch gleich macht. Guckt er zu dir? Aua. Fuck, da schießt noch irgendwas anderes von irgendwo. Ja, komm. Aber da schießt noch was anderes. Ein Bomberanschel. Irgendwo bombardiert. Ach, da oben. Da ist ein scheiß Spider. Der letzte. Ne, da sind noch zwei Gegner. Fuck, fuck. Ich hab nur noch eine Waffe, nur noch eine. Ne, zwei hab ich. Scheiße, was mach ich jetzt? Soll ich gucken, ob wir irgendwie Caption fahren oder so? Ja, du schaffst das ja gar nicht mehr. Jetzt hab ich keine Waffe mehr. Ich kann jetzt auch nicht Caption fahren, ne? Das kann ich vergessen. Oh, scheiße. Das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Was soll ich ihm tun? Oh, Leckner. Ich versuche wegzufahren. Nein, das geht nicht. Oh, fuck. Ich spring einfach nur. Oh, fuck. Ich versuche noch zu Caption. Aber es bringt mir nichts. Ne, das kann ich vergessen. Dann... Nein. Ich wollte gerade noch kämpfen wie ein Mann, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt liege ich hier und... Scheiße. Ah, doch, doch, doch. Nein! Ey, komm. Ey, du hast zwei gekillt. Ich hab einen gekillt. Und die gerade auch noch einen gekillt. Und das war nur T-T-T-Tierzehner. Ja? Also, unsere Panzer sind richtig gute Panzer. Hm. Sind deutsche Panzer. Deutsche Panzer. Aus Deutschland. Oh, Mann. Ranked Battle. Destroyed. 6.000 Punkte bloß bekommen. Naja. Hm. Bisschen wenig. Warte. Lief doch. Super. Ja, ich hätte ja echt Bock, noch eins zu machen. Letzte Schlacht. Nochmal, T-Tierzehner. Nochmal. Letzte Schlacht. So. Letzte Schlacht, meine lieben Freunde. Wir machen noch eine T-Tierzehner. Letzte Schlacht. Ich hab überhaupt keine AP bekommen in der Folge. Weil wir so super sind. Und wie man sehen kann, sieht man fast nur noch T-Tierzehner. Abgesehen von uns beiden. Und noch einen Gegner drüben. Der ist T-Tierneun. Ist aber auch nicht gerade besser. Wollen wir wieder hier langfahren? Wie vorhin? Da oben lang? So vorsichtig? Ich hoffe, dass wir es diesmal besser schaffen. Ähm, ich meine, wir haben ja gezeigt, wir können's, ne? Wir können das schaffen. Und wir werden das jetzt in die Tat umsetzen. Tier 8er und du bist ein Tier 7er. Wir hauen die um. Also ich bin ja bloß Tier 8, weil ich noch zwei Tier 9er Waffen drauf hab. Wenigstens etwas. Aber Olekna, du hast ja gar keine Tier 9er drauf, ne? Haben wir wenigstens einen Heiler diesmal? Doch, ein Heiler haben wir, aber der ist ganz weit hinten. Der ist nicht bei uns. Wir hätten vielleicht zu ihm gehen sollen. Ja. Ich komm da gar nicht ran. Ich seh da gar nichts. Jetzt so weg. Shit, wenn ich jetzt der Einzige bin, der vorfährt, wird's ein bisschen schwierig für mich, weil ich die ja nicht aufdenken kann. Aber treffen kann ich ein bisschen mal was. Ab und zu. Yeah. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen Schaden machen. Aber ich hab echt nicht verstanden, warum ich so wenig Punkte bekommen hab. Ich meine, hallo, Schaden macht man ja trotzdem Haufen. Eigentlich müsste es ja noch den Handicap-Bonus geben. Ich glaub, über uns fliegen sie bald. Das tut dann auch richtig weh. Mensch, Leute, die sind gleich über uns, hinter uns. Ja, dann gibt's da. Hinter uns ist ja, ne? Ich hab ihn grad da gesehen, da oben. Dahinter war der grad. Oh, Mann, das gibt gleich Aua. Oh, shit, da unten ist auch noch einer. Fuck. Aua, jetzt greifen sie sich schon von der Seite an. Hat mich auch noch getroffen. Der Sack. Oh, Gott, das sieht nicht so gut aus. Wo ist denn unser ganzes Team eigentlich? Irgendwie fehlt da was, hab ich das Gefühl. Ich seh irgendwie nur Gegner. Und uns drei, aber nichts anderes. Und ich glaub, mein Rad ist weg. Shit. Das ist gar nicht gut. Ich fahr mit Nico nach unten, Angela. Nur ein bisschen geschützter. Wer hat denn hier geballert? Die ganze Zeit? Oben, ein Haufen Bomber. Nee, nee, das sind Laser, die ich höre. Irgendwie bei uns irgendwo. Aua. An, an Regan, auch noch von der Seite rechts. Oh, shit, ey. Hier sind überall Gegner. Ich krieg Angst. Überall fliegen sie rum. Und wo ist denn unser Heiler? Der ist bestimmt schon längst tot. Oh, Gott. Das ist ein Riesenbomber da oben. Den kriegt man nicht so schnell kaputt. Ach, ich bin gleich weg. Ja, ich auch. Oh, ich werde geheilt. Ich werde geheilt. Yeeha. Yeah, Baby. Und der kann mich richtig schnell heilen, weil der hat... Oh, wo ist er jetzt hin? Nein, der hat mich da gelassen. Schnell, ich muss zu ihm. Nein, ich kann mich kaum fahren. Ich kann kaum fahren. Der Heiler hat mich in den Stich gelassen. Er hat mich einfach in den Stich gelassen. Hier, Mr. Heiler. Heilen Sie mich. Danke. Du bist nett. Oh, yeah. Ich lebe. Oh, Mann. Der da beballert den. Ich kann ihn nicht beschießen. Ich kann ihn nicht beschießen so richtig. Lasst meinen Heiler in Ruhe. Oh, mein Gott. Alter, wie viel der aushält, der Heiler, ne? Muss man schon sagen. Und weißt du was? Wisst ihr, warum der so viel aushält? Weil der keine scheiß Krabbelbeinchen dran hat. Ich lebe noch. Sehe ich gerade. Ich dachte, ich bin tot. Scheiße. Ja. Ja, okay. Das war jetzt nicht so gut. Ja, kann ja mal passieren. Mal krass, wie die gebaut sind, ey. Jetzt mal angucken, die Viecher hier. Wie die gebaut sind. Lustig, lustig. Kann man einen Haufen CPU, ne? Kann man einen Haufen reinschieben. Oh, yeah. Ja, gut. Meine lieben Freunde. Wir schauen uns mal an, wie viele Punkte ich bekommen habe. Und dann war es das schon wieder. Es tut mir echt leid. Es ist immer so traurig, sich so verabschieden, ne? Ich könnte Wett nicht bekommen. Weniger als du. Aber morgen kommt ja auch wieder eine Folge. Mal gucken, wie viel du kriegt hast, Angelo. Mal gucken, wie viel ich bekomme. Ich habe bekommen 2000. 21. 21.000? 21.000. Was, das 21 bekommen? Ja, 21.000. Du hast ja gar nichts gemacht. Nichts hast du gemacht. Doch, doch, habe ich. Ich habe was gemacht. Na gut. Dann würde ich sagen, ich war der Tenji. Und ich war der Angelo. Ihr Wahnsinn-Nubs-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020